Hallo meine Brillis, hello, 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 willkommen zu einem neuen Video von mir und ja, ich bin wieder fresh und wir sind wieder bereit, würde ich einfach mal sagen. Ja, es ist ja jetzt ein ganz, ganz kleines bisschen ruhiger gewesen die letzte Zeit, hatte ja einfach damit zu tun, ihr wisst ja, dass ich, oder habe ich ja schon mal vorhin erzählt, dass ich etwas, ja, ein bisschen außer Gefecht gesetzt worden bin durch die OP, die ich hatte. Ich konnte ja jetzt hier zwei, zweieinhalb Wochen nicht richtig sitzen, das heißt, ich konnte auch nicht beenden, das war echt eine bescheuerte Zeit, muss ich sagen. Und hier im letzten Vlog hat es ja auch schon einmal gesagt, dass ich es da wieder so ein bisschen mit dem Magen hatte und ja, das war dann doch irgendwie ein bisschen schlimmer gewesen die letzten Tage. Ich konnte wirklich kaum sitzen, also ich war auch beim Arzt und ja, die sagte irgendwie, was mit einer Gastritis hätte ich jetzt und dann habe ich ja sowieso Probleme mit dem Magen gegen Reflux und ach, was weiß ich, ist ja auch egal. Ja, auf jeden Fall geht es mir jetzt so seit zwei Tagen wieder ein bisschen besser. Wir haben heute Samstag, wow, wir haben einen ganzen Tag vor meinem Vlog und ja, normalerweise, normalerweise drehe ich den ja über ein paar Tage, diesen Vlog, aber ja, habe ich bestimmt eine Woche jetzt auch schon wieder nicht gepaintet, einfach aus dem Grund, dass ich nicht hier sitzen konnte, wenn das auf dem Oberbauch lag, ich bin bald wahnsinnig geworden. Also das hat sich jetzt, sage ich mal, so seit zwei, drei Tagen ist ja schon wieder besser und ja, davor habe ich mal das ein oder andere Teil gedreht, aber halt nicht so, dass ich euch da irgendwas Konstruktives, Tolles irgendwie zurecht machen konnte. Und deswegen, ja, habe ich mir jetzt überlegt, lasse ich den jetzt am Sonntag nochmal ausfallen oder mache ich jetzt erstmal was anderes erstmal oder so. Aber ich möchte den Vlog ehrlich gesagt nicht ausfallen lassen, den habe ich so für mich sonntags etabliert und er kam jetzt schon am Sonntag nicht und das fand ich irgendwie schon kacke. Und was so richtig kacke ist, dieser blöde Schatten hinter mir, aber ja, ich habe hier oben kein Ringlicht, ich habe hier so einen großen Paintingbogen und misst er jetzt durch, ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ich mache das einfach mal ein bisschen anders. Ich habe mir nämlich so alles, was so in zwei Wochen, was ich gepaintet hatte, was ich bekommen habe, was ich bestellt habe. Aber ich habe mir das mal so ein bisschen aufgeschrieben, ich habe mir das mal so ein bisschen zusammengesucht. Und ich mache es jetzt nicht wie meine typischen Vlogs, dass ich euch, Montagneser Mittwoch, dass ich euch die Tage mache, sondern ich drehe es einfach alles in einem durch. Und ja, einfach, dass wir was haben, dass ihr was schauen könnt, damit ihr seht, hör mal, wie weit ist er gekommen, was hat er überhaupt in letzter Zeit gemacht. Und ich weiß, dass euch das auch interessiert und ich habe auch schon die eine oder andere Nachricht, da antworte ich ja gleich auch mal drauf, bekommen. Was ist eigentlich mit dir los? Wo sind deine Videos? Ich vermisse deine Videos, etc. Finde ich super süß. Dankeschön dafür. Und ja, aber das ist halt so, wenn es dir halt nicht so gut geht und dann, ja ganz ehrlich, dann habe ich auch keine Lust, ein Video irgendwie zu drehen. Da bin ich dann froh, wenn ich dann für mich hier am Tisch sitze oder wir haben eine Serie geguckt, dass man einfach so ein bisschen drunter kommt. Und dass man über diesen ganzen Mist, in dem man alles so hat, meine Mutter hat zu mir gesagt, ey, hör mal, deine, die beste Keinheit nützt nichts. So, das hat sie gesagt. Ich so, ja, dankeschön, das ist wieder die Weisheit des Jahrhunderts. Danke, Mutter. Und nein, aber jetzt bin ich so, dass ich wieder sage, es geht jetzt wieder weg auf. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Das war nämlich vor einer Woche ungefähr auch so. Und dann ging das auf einmal so richtig steil weg ab und ich habe keine Ahnung, wieso. Ich konnte einfach nicht sitzen. Ich hatte immer nur so ein Völlegefühl. Und dann drückte er das auf den Oberbauch. Und ja, ich esse ja auch seit Tagen nicht viel. Also morgens früh esse ich dann mal so zwei Bananen, wenn ich Glück habe. Das vertrage ich jetzt auch wieder besser. Letztens habe ich abends einen Apfel gegessen. Ey, der hat mir wirklich zwei Stunden hier oben irgendwo gegangen. Boah, dann kriegst du keine Luft. Und dann denkst du dir schon, boah, ist hier jetzt Asthma oder was auch immer, denke ich mir so. Mein Gott, seitdem ich D30 überschritten habe, geht das hier alles ganz steil bergab. Und ich merke gerade, das ist auch so ein bisschen wie so eine Art Podcast. Hey, ich sollte vielleicht auch mal, man sollte vielleicht mal über einen Podcast nachdenken. Finde ich irgendwie witzig, ne? Man sich einfach mal so ein bisschen Sachen vor in der Seele quatscht. Aber hey, dafür seid ihr mal eine Seelenklempler, ne? Ihr müsst euch das hier anschauen oder anhören oder was auch immer, während ihr am Painten seid. Und genau. Ja, was habe ich die letzten Woche gemacht? Also ich habe natürlich ein bisschen gepaintet. Nicht so viel, muss ich dabei sagen. Aber halt so, dass ich schon ein bisschen was vorzeigen kann. Ich habe viel Serien geschaut in der letzten Zeit. Ich weiß gar nicht, ob ich... Nee, da werde ich nicht drüber gesprochen haben, weil ich habe hier ein Auspack-Video gemacht. Wir haben viel Bridgerton geguckt. Also ich konnte ja nur so gut wie liegen sitzen, war ja auch total am Mist. Wir haben Bridgerton geguckt. Finde ich eine wunderschöne Serie. Also ich habe die ja, glaube ich, dreimal angefangen. Dreimal oder viermal? Ich glaube, dreimal habe ich die Serie angefangen. Und dann, ja, dann fand ich die aber irgendwie doch nicht so schön. Und dann habe ich gedacht, so ein Kerkel, da brauchst du nicht. Ja, und dann habe ich sie jetzt einfach nochmal angefangen. Und ich muss wirklich sagen, das ist ja so eine tolle Serie. Also, die hat mich richtig in den Bann gezogen. Ich hatte ja jetzt auch Zeit. Das muss man immer dabei sagen. Wenn man... Oder wir gucken dann schon mal viel, während ich paynte. Das heißt, ich kriege dann auch nicht immer so mit, weil ich natürlich dann viel Fokus auf die Bilder oder was auch immer habe. Aber ich kriege dann manchmal nicht so viel mit. Dann guckt er schon schon mal irgendwelche Filme oder sowas. Und irgendwas, was ich dann auch schon mal kenne. Und ja, und jetzt hatte ich einfach mal Zeit. Und dann konnte ich ganz in Ruhe, konnte ich mal die Serie gucken. Und konnte mir Zeit dafür nehmen, nicht so viel Ablenkung. Oh, das ist eine tolle Serie. Also, ich bin ja eigentlich gar nicht so dieser Typ für so Königshäuser oder sowas. Aber, oh mein Gott, war die toll, die Serie. Ich habe natürlich alle drei Staffeln... Drei? Doch, drei. Drei Staffeln waren es. Da habe ich natürlich komplett dann durchgesuchtet. Und im Anschluss habe ich dann auch noch... Wie heißt das? Ich bin aufs Queen Charlotte. Das ist Queen Charlotte. Das ist King. Queen. So, Königin Queen Charlotte. Haben wir dann auch noch geguckt. Und das finde ich auch so toll. Also, wirklich Empfehlung hoch. Empfehlung von mir. Gibt dieser Serie wirklich eine Chance. Es ist eine tolle Serie. Es ist eine Netflix-Serie. Es spielt in Großbritannien. In London und so. Aber ich weiß gar nicht, ob das eine US-Serie ist. Weiß ich gar nicht. Ist auch egal. Auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Serie. Eine fiktive Serie, natürlich. Aber trotzdem halt so mit Königshäusern und ihrer Majestät. Und ich finde das so, so witzig. Ich habe da echt richtig Gefallen dran gefunden. Und es ist wirklich von mir herzene wirklich richtig, richtige Empfehlung. Jeder, der diese Serie noch nicht geschaut hat oder gedacht hat, ich mag sowas nicht oder sowas. Habe ich auch gedacht. Gibt ja wirklich mal eine Chance. Schaut da mal einfach mal zwei, drei, vier Folgen von der ersten Staffel. Und lasst euch davon auf jeden Fall mal inspirieren. Und eine ganz, ganz tolle Serie. Könnt ihr euch ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, ob ihr die Serie kennt, ob ihr die schon mal geguckt habt. Ob ihr die auch so toll mittlerweile findet wie ich. Oder ob ihr sie nicht so gut mögt. Also ob ihr sagt, nee, mag ich nicht. Keine Ahnung. Könnt ihr ja mal unten in die Kommentare reinschreiben. Und das würde mich echt mal interessieren, was da eure Meinung einfach zu ist. Und dann habe ich das eine oder andere wieder gepaintet. Und ja, dann konnte ich dann wieder eine ganze Woche nicht so, weil es dann, wie gesagt, mit dem Magen und so dann anfing. Und dann haben wir, habe ich gedacht, alles klar. Dann habe ich Queen Charlotte zu Ende geguckt, weil ich brauchte noch drei Folgen. Die habe ich dann irgendwie doch nicht zu Ende geguckt. Ich sage manchmal schwierig, wenn man dann wieder arbeiten geht und dann habe ich nicht den ganzen Tag Zeit. Und ja, dann habe ich gedacht, gucke ich die mal zu Ende und dann das Ende ist richtig, richtig toll. Und ich finde auch, dadurch, dass es ein Spin-off Queen Charlotte von Bridgerton und dadurch kann man halt auch die Königin, die da immer ist, also Queen Charlotte aus der Bridgerton-Serie, kann man dann auch immer gut noch verstehen. Warum ist sie so, wie sie ist? Ich will nicht so viel spoilern, weil ihr solltet ihr selber gucken. Gibt ihr echt mal eine Chance und man kann sich dadurch wirklich gut verstehen, warum ist sie so, warum hat sie so ein Verhältnis zu ihrem Mann etc. Richtig, richtig, richtig tolle Serie. Echt empfindenswert, wenn er so nicht geguckt hat, gibt ihr auf jeden Fall eine Chance. Und wie gesagt, schaut mal unten rein. Habt ihr sie geguckt? Mögt ihr sie? Würde mich echt interessieren. So, und als ich die fertig hatte, da habe ich gedacht, alles klar, irgendwie müssen wir in diesem Genre bleiben. Und dann wurde mir die Kaiserin vorgeschlagen. Da habe ich gedacht, Kaiserin? Ja, das ist auch ganz nett. Ich gucke rauf, stand da natürlich, alles klar, das Thema kennen wir. Man kennt ja diese Filme so aus der 50er, die ist ja so nach der Nachkriegszeit und halt auch so, dadurch, dass es die Nachkriegszeit, ich glaube, war Mitte der 50er Jahre, als die rauskam, die kommen ja auch so zu Weihnachten raus. Das sind drei Filme und ja, die sind ja so ein bisschen verschönert, sage ich jetzt einfach mal. Normalerweise war das gar nicht so eine nette oder es war gar nicht so eine schöne Geschichte außenrum. Aber was ich, also die Netflix-Serie finde ich richtig gut, denn die ist echt schon düster. Es ist eine deutsche Serie, also normalerweise, wenn man guckt das, guckt deutsche Serien oder deutsche Sachen gar nicht so unbedingt gerne. Klar, so irgendwie so Shows oder so, wir gucken gerade, während er unten am Essmachen ist, gucken, wer stellt mir die Show. Sowas guckt er dann schon, aber halt so Filme und Serien und sowas. Es ist immer meine Meinung, die Deutschen können nicht Schauspielern. Manchmal war es auch wirklich schlechter, wo ich mir denke, ja, Bridgerton ist schon eine andere Liga irgendwo. Aber trotzdem war die Kaiserin wirklich eine ganz, ganz, ganz tolle Serie und die hat uns echt, echt gut gefallen. Recht düster, muss ich sagen, aber natürlich ein bisschen Fiktion manchmal drin. Ja, aber es ist schon die Geschichte von Sissi und Franz. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich mal ein Plakat gesehen habe, wo es eine, also die hieß jetzt die Kaiserin von Netflix und wo es eine Sissi-Serie gab. Und dann habe ich erst geguckt, ich dachte, es war Amazon, war es aber nicht, denn es war RTL+. Und dann habe ich mein RTL-Plus-Abo mal wieder aktiviert und dann haben wir Sissi geguckt. Und also die RTL-Plus-Sissi-Serie und gefällt mir, also ich will nicht sagen, dass die Netflix-Serie schlecht ist oder schlechter ist, aber es ist klar, es ist dieselbe Geschichte, aber es ist ein, es ist, die RTL-Plus-Serie ist heller, also so freundlicher, eher freundlicher ist es ja auch manchmal nicht ganz so eine tolle Geschichte, die dahinter ist, so wie sie damals waren und wie sie, ja, bevormundet wurden und ich habe mir auch manchmal auch gedacht, würde ich im Leben dann nicht mit mir machen lassen, aber hey, war eine andere Zeit und ich weiß ja nicht, wie es jetzt aktuell in den Königshäusern ist, richtige Empfehlung. Also wir haben jetzt zwei Staffeln durch von Sissi und dann kommt jetzt die dritte, gucken wir uns jetzt die Tage an und es soll ja, ich glaube, ich glaube, die kamen immer im Dezember raus, da soll ja auch die vierte Staffel dieses Jahr schon rauskommen und von der Kaiserin, also die Netflix-Serie, ich meine, ich hätte irgendwas mit 20., 22. November, glaube ich, gelesen, kommt da auch die zweite Staffel raus. Also von der Kaiserin, da gibt es erst eine Staffel, da kommt jetzt die zweite raus und von Sissi, da auf RTL Plus gibt es mittlerweile drei und da kommt jetzt die vierte. Ja, genau, das wollte ich einfach nur so erzählt haben, was ich so gemacht habe und was ich auch gerne geschaut habe und ja, wenn du bis hierhin tapfer zugehört hast, dann zeige ich dir jetzt auch mal, welches Bild ich in den letzten Wochen gemacht habe. Ich habe schon mal so einen kleinen Cover-Mine, ich habe dir ja sogar ein Unboxing-Video gemacht und zwar habe ich ein Bild von Tini bekommen und zwar der süße Kuschelnest-Eisbär und ja, der dürfte auch mal sehr, sehr gerne auf meine Videos, vergangenen Videos gucken. Es sind ja jetzt nicht so viele seit diesem Video. Es sind ja, glaube ich, jetzt, letzte Woche ist es ausgefallen, Mittwoch habe ich ganz gemacht. Freitags ist ja sowieso nur, wenn ich was habe. Also meine Hauptzeiten sind ja mittwochs, 18 Uhr kommt das Video raus und sonntags auf 13 Uhr habe ich es jetzt gesetzt. Ich habe so ein bisschen mit Nutz, wir haben mal so ein bisschen gesprochen, ein bisschen umexperimentiert. Uns ist das jetzt vollkommen egal. Wir haben immer gesagt, alles klar, wir machen die Zeiten nicht so, dass die aufeinandersetzen, aber ganz ehrlich, es ist auch vollkommen egal, wann unsere Videos rauskommt. Ich mache jetzt 18 Uhr in der Woche, also mittwochs und gegebenenfalls freitags, je nachdem, was ich habe, und sonntags 13 Uhr, weil da ist mir 18 Uhr einfach zu spät. Und ja, so setzt ich es jetzt an und so bleibt es jetzt auch. Ich habe es noch ein bisschen umexperimentiert, aber ich denke mal, so sollte es besser passen. Sud, auf jeden Fall könnt ihr da mal runterschauen zu meinen vergangenen Videos und dann werdet ihr sehen, dass ich den Kuschelnestiger ausgepackt habe. Und den habe ich auch schon gepaintet. Und ihr werdet jetzt bestimmt denken, er hat nur zwei Fältchen oder so gemacht, weil er hätte so rumgeheult, dass er nicht sitzen konnte. Ich hatte manchmal auch einfach gar keine Lust, mich vor die Kamera zu setzen, weil wenn es dir nicht gut geht, ist das dann manchmal auch ein bisschen schwierig. Und ich habe einfach, ich hätte auch mal das Wuscheltierbaum machen können, aber so seht ihr wenigstens genau, wo ich hingekommen bin. Ah, ich gehe mal nach hinten. Ich habe einfach schon zwei Drittel fertig. Richtig, richtig süß, oder? Guck, schaut mal, wie das funkelt. Richtig, richtig cool. Dieses Bild hat mir Teenie zur Verfügung gestellt. Also sie wollte mir eigentlich den Eisdrachen geben. Also ist auch egal, der Eisdrache, der wäre auch so geil gewesen. Aber da hatte ich ja die OP und sagte, nee, geht gerade aktuell nicht her. Sagt sie, ja komm, wir warten mal zwei Wochen ab, es kommt noch was. Und dann kam hier dieser Kuschelnest-Eisbär. Und ich mache mal den nur ein bisschen nach oben, dann seht ihr das Gepaintete besser. Und schaut mal, wie wunderbar das glitzert. Richtig, richtig cool. Ja, Teenie-Qualität kennt ihr. Ich drehe die Kamera jetzt nicht. Ich möchte heute wirklich nur ein rein Face-to-Face-Video machen. Und ich verspreche euch hoch und heilig, ich werde heute Samstag, ich werde morgen, wenn ich painte, bestimmt spätestens Montag. Ich verspreche es hoch und heilig, ich werde ein normales, wie heißt es, ein normales Vlog-Video ab jetzt wieder drehen. Und ich verspreche es euch, weil es funktioniert und es fehlt mir auch. Und ja, auf jeden Fall kann ich euch ja am Ende des Videos, kann ich euch ja nochmal einmal kurz so ein bisschen abfahren. Oder wir machen es anders. Schaut mal auf meinen Instagram-Kanal. Das Video geht ja morgen, also ist ja jetzt heute um 13 Uhr online gegangen. Und dann werde ich auch, nee, ich mache es um 14 Uhr. Und dann drehe ich euch ein, so ein kleines Reel. Ich drehe die ja immer so eine Minute, damit ich die hier als Short hochladen kann. Und dann werde ich die auch bei Instagram und bei TikTok hochladen. Und dann werde ich euch das ein Update zu geben. Dann könnt ihr das richtig sehen, wie es vor mir liegt. Dann könnt ihr die Steine nochmal sehen, wie sie sitzen. Eins muss ich schon dabei sagen, weil es gibt ja ganz, ganz, oder es gibt viele, oder gab viele Probleme. Ich weiß gar nicht, ob das aktuell immer noch so krass ist bei Teenie mit den Steinen. Gerade mit den schwarzen Steinen, dass sie zu groß sind oder wie auch immer, habe ich bei diesem Bild absolut überhaupt nicht gehabt. Das werdet ihr in den Reel sehen. Wie gesagt, 14 Uhr, lade ich es hoch. Dann, dann, oder, ich muss mal gucken, wie lange das Video wird. Aber so viel, wie ich quatsche, geht das bestimmt wieder für halbe, dreiviertel Stunde. Dann werdet ihr sehen, wie die Steine liegen. Und das ist tolle Qualität. Also, das Bild lässt sich so, so einfach legen. Es lässt sich so, so schön legen. Und ja, es ist ein brandaktuelles Bild. Also, ich weiß nicht, ob sie die Steine, die schwarzen Steine, wieder zurückgerudert hat oder nicht. Ich weiß es nicht. Man kann das Bild super penden. Also, kein Problem mit den schwarzen Steinen. Die schwarzen Steinen haben immer das Problem, dass sie einige Nasen haben, dass sie kaputt sind. Und das hat man aber von jedem Hersteller am meisten bei der Farbe schwarz. Bei 300 DMC Nummer 310. Das ist halt so. Irgendwie, das ist bei Diamond Art Club so. Das habe ich bei Trudy's Diamond Painting Art Shop gehabt. Das hatte ich bei Diapop. Da war jetzt nicht so viel schwarzer, aber war trotzdem. Und es ist immer schwarz. Ist halt so. Und so ist es auch bei Teenie. Auf jeden Fall, man kann es super penden. Und ja, ist so. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kann ich nichts zu sagen. Und das liegt jetzt auch nicht daran, dass ich das Bild von Teenie zur Verfügung gestellt habe. Sondern ja, kenne ich Teenies Qualität. Und wenn die wirklich nicht gut ist, dann sage ich das auch. Dann sage ich ihr das auch. Also ich habe ja auch schon einige, habt ihr ja auch schon mal mitgekriegt, als ich, oder welche Bilder ich so als Promotion Bild zum Beispiel oder zum Testen. Früher noch, jetzt schickt sie ja gar nicht mal so viele Testbilder raus. Ich habe ja mal so ein Video gemacht, so meine, mein Stash, meine Bilder von Teenie Schnickschnack in der Mappe und sowas. Da könnt ihr mal reinschauen. Das ist bestimmt schon zwei, drei Monate her. Da muss ich jüngstens auch noch ein zweites Video drehen. Das sage ich, glaube ich, jede Woche. Aber ist egal. Muss ich auf jeden Fall mal machen. Da habe ich euch ja mal gezeigt, welche Bilder ich zum Testen hatte und so. Und da war auch schon mal das ein oder andere Bild dabei. Da, wo ich dann gesagt habe, naja, ob das jetzt so doll ist, weiß ich nicht. War aber dann im Endeffekt auch okay, weil da hat er seinen Hersteller ausprobiert. Der war dann, den hat sie dann auch nicht mehr genommen und sowas. Dann sage ich das auch. Also deswegen, das ist total uneingenommen. Wenn irgendwas nicht gut ist, dann ist es auch nicht gut. Aber das Bild hat, wie jeder Hersteller, überall seine Problemchen mit schwarzen Steinen. Und es ist wenig Ausschuss. Also ich kann da nichts zu sagen. Sorry. Ja, genau. Das habe ich jetzt in den letzten Tagen auf jeden Fall hier gepaintet. Dann, das habe ich nämlich auf der Arbeit gedreht, weil ich gedacht habe, ich mache bestimmt den Horst Vlog und dann hat es doch nicht geklappt. Und zwar habe ich euch ja mal ein paar Produkte von Paint Someway vorgestellt. Und da habe ich euch diese süße Winkelkatze euch mal gezeigt. Und ja, das ist so ein Handyhalter. Hier, da kann man, oh, balla. Ist ein bisschen schwierig manchmal im Sitzen, aber da kann man hier das Handy draufstellen. Halt ein Handyhalter. Kann man hier beim Painten, kann man da Videos gucken, YouTube oder was weiß ich, auf anderen Portalen, was man, was ihr halt so gerne guckt. Und dann kann man das Handy da draufstellen. Und da habe ich diese süße Winkelkatze auf der Arbeit fertig gemacht. Und schaut mal, wie schön sie ist. Sie ist schön, oder? Sie glitzert wunderschön und ist echt ganz praktisch. Sie steht halt so ein bisschen scheuer. So kann man auch wunderbar das Bild damit sehen. Was ich mir gedacht hatte, ich könnte damit vielleicht auch besser, wie heißt es, Videos für mich jetzt drehen. Ist aber gar nicht. Ich habe jetzt hier wieder mein altes Stativ rausgeholt, was ein bisschen abgefragt ist. Aber das funktionierte schon. Ich habe hier nämlich auch noch einen Handy-Ständer. Ist ganz praktisch. Da kann man nämlich nicht nur ein, also nicht nur ein Winkel machen, sondern zwei, drei Winkel. Es ist, so ist das manchmal ganz praktisch, wenn man so Zeitraffer oder so mitdrehen möchte, die so von der Seite gefilmt werden. Ja, aber es war halt kein Stativ, was ich mir jetzt hinstellen konnte und sage, so alles klar, wie so ein Ringlicht. Aber ich stehe hier an meinem Schreibtisch und davor ist die Couch, da kann ich kein Ringlicht aufstellen. So wie bei mir im Schlafzimmer. Und ja, deswegen werde ich das nicht zum Videodrehen benutzen, sondern wirklich zur Inhalterung, dass ich sage, alles klar, damit gucke ich mir Videos an bei YouTube etc. Und ja, so. Eigentlich hatte ich auch noch vor, euch viel, viel früher was zu zeigen. Und zwar, ja, hat der liebe Städtchensuchti ein bisschen rumgeheult. Er sagte, du hast ja nur einmal zwei Sekunden meine Schiffchen in die Kamera gehalten. Eigentlich wollte ich es von vorn direkt in den ersten zwei Minuten reinhalten. Mache ich beim neuen Hoheitsvlog auch nochmal, aber ich wollte euch nochmal die Büchse der Pandora zeigen. Und zwar zwei Stück hat er mir zugeschickt, um sie euch einfach mal zu zeigen. Der wird jetzt auch mehrere Farben oder andere Farben nochmal rausbringen. Wann weiß ich nicht. Das entscheidet er ja immer selber. Aber, ja, ich kann euch ja mal dieses hier nochmal zeigen. Das ist jetzt die Büchse der Pandora. Wie gesagt, die ist auch recht groß. Ich weiß gar nicht, wo habe ich hier mal ein normales Schiff. Oder das ist jetzt so ein normales Schiffchen von ihm, von der Größe her. Da seht ihr, das ist schon ein bisschen größer, das hier, aber nicht schlechter dadurch. Von vorne, also hier sind die Sticker von Teenie. Ich hasse es, Sticker auf Container oder sowas eigentlich zu kleben. Ich liebe meine Container, aber Sticker halten da einfach nicht. Und ich habe irgendwie keinen Bock gehabt, da Washi-Tipp vorzukleben. Weil dann halten sie nämlich. Also, wenn du auch Probleme hast damit, klebe erst den Washi-Tipp drüber und dann noch den Sticker. Ja, ich habe einfach so draufgeklebt, aber TESA-Film jetzt drüber geklebt. Auch total gekloppt, aber egal. Auf jeden Fall kann ich das mal so ein bisschen aufmachen. Dann habt ihr hier nämlich, da kommen die Steine rein mit der Öffnung. Und hier kann man sie auf. Ach so, das seht ihr gar nicht. Ich mache mal den Deckel ab. Da ist er offen und da ist er wieder zu. Auf, zu. Das hält richtig gut, weil es sind Magnete nämlich drin. Das ist ganz praktisch. Das kann man nämlich dann auch wunderbar auch nur mit einer Hand öffnen. Und ja, aber richtig cool, oder? Das sind übrigens nachtleuchtende Filamente, die hier unten eingesetzt worden sind. Wartet, ich mache mal kurz in den Deckel zu. Da sind nachtleuchtende Elemente eingebaut. Das heißt, die leuchten nachts. Da penten wir zwar nicht, aber da ist die Büchse der Pandora wenigstens beleuchtet. Finde ich irgendwie eine richtig cool Idee. Und auch das Logo-Jum drauf. Das ist jetzt die Steampunk-Edition. Und dann habe ich die auch noch in blau von ihm bekommen. Und ich weiß manchmal gar nicht, was mir besser gefällt. Ob die oder die. Was ist euer Favorit? Die, die, was habe ich jetzt gerade gesagt? Die Steampunk-Variante oder die blaue Variante? Was sagt ihr? Schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Ja, was ich halt cool fand, oder was gesagt, ich hätte gerne eins mit dem hellen Boden. Weil ich bin so ein Painter, so wie jetzt das Schwarz hier. Paint ich lieber im hellen Boden. Ich habe immer durchgezogen, also keine Einzel. Ich kann das so schlecht hier reinhalten, weil das, wie sonst die ganze Steine, alle sieht man. Ich habe durchgezogen die Linien immer. Und keine Einzelsetzer. Und hier ist ein etwas dunklerer Boden. Das ist dann für helle Steine. So mache ich das immer. Ich habe mir jetzt einfach zwei Farben rausgenommen, die ich so am meisten habe. Das ist jetzt hier so ein 3865. Das ist nicht ganz rein weiß, nicht wie die 5200. Aber so ein cremefarbener Weißton. Und ja. Daniel, jetzt habe ich dir die Schiffchen, finde ich, nochmal sehr, sehr schön gezeigt. Und im nächsten Vlog zeige ich euch die nochmal, damit er nicht noch mehr rumrollt. Und was in seinem Paket noch drin war, das werde ich mir jetzt auch mal die Woche vornehmen, ist das neue Toolset von Diamond Art Club. Und zwar, ich bestelle ja bei Diamond Art Club aktuell nicht mal. Ich habe da so viele Bilder und ich habe so deutsche Shops, die ich dann gerne unterstütze, wie die auch von der Qualität her. sehr gut ist, wie jetzt Teenie, was war, was ich ja diese Woche jetzt gepennt hatte oder wo sich die Woche hauptsächlich drum gedreht hat. Und Tony's Daniel Penting Diapop, das sind so meine aktuellen Lieblingsshops. Und ja, dann unterstütze ich die gerne und dann muss ich jetzt nicht irgendwelchen anderen Ländern bestellen. Aber trotzdem war ich echt, nicht überrascht, wie heißt das Wort, ja, ihr wisst, was ich meine. Ich schneide das Video übrigens auch nicht. Ihr seht das hier komplett undercut, undercut, uncut, 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 uncut ist die Frisur. Ihr seht das hier komplett uncut. Ich habe jetzt gleich keine Zeit mehr, das mir nochmal durchzugucken und zu schneiden und wie auch immer. Da müsst ihr jetzt mal durch. Ja, auf jeden Fall habe ich hier einmal das Schiffchen. Wir können aber kurz mal reingucken. Das zeige ich euch ja auch im nächsten Vlog auf jeden Fall. Was hier drin ist, hier ist so eine Art Cutterfix drin, was in den Stift reinkommt. Verdammt Art Club hatte normalerweise noch so Coverminder früher da drin. Die fand ich irgendwie ganz cute. Aber benutzt habe ich es irgendwie nie, war so eine Sammelleidenschaft. Und genau, das Schiffchen. Das werde ich auf jeden Fall auch mal benutzen. Da ist auch so ein Deckel drin. Mal gucken, wie das funktioniert. Normalerweise benutze ich ja diese günstigeren Schiffchen alle gar nicht. Ich hätte 3D gedruckten benutzen. Aber ich war richtig gespannt, wie das ist, wie das zu painten ist. Und ja, deswegen hat er mir dann mal einen zugeschickt. Und der Stift ist auch ganz cool. Und kann man dann mehrfach aufsetzen oder, ich tue ja bei mir immer diese Schieber dran. Und dann haben wir hier vorne so eine Spitze und die können wir rausdrehen. Und da haben wir nämlich hier unten. Das kann man aufdrehen. Da kriege ich es gerade nicht raus. Muss man das drehen? Weiß ich nicht. Muss ich mich nochmal rum mit beschäftigen. Auf jeden Fall ist hier dieses Patafix. Ich weiß gerade gar nicht, wie es heißt bei denen. Das kann man da reinquetschen quasi. Und durch das Drehen hier unten. Wenn man da unten dran dreht, geht das hier oben ein bisschen raus. Und man hat immer frisches Wachs. Und ja, mal gucken, wie das sich im Alltag verhält. Ich bin jetzt eher so ein Verfechter von Glowdots. Allerdings muss ich sagen, bei dem Bild von Tini. Ich weiß nicht, ob die Steine, ob da irgendwie eine komische Beschichtung drauf ist. Weiß ich nicht. Diese Glowdots, die wurden mir so schnell irgendwie matt. Oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall bin ich jetzt einfach wieder zu ganz normalem Wachs erstmal übergegangen bei dem Bild. Und ja, ich wechsle immer ein bisschen. Und ja, das habe ich auch noch von ihm bekommen. Diese drei Sachen. Und ja, ein kleiner Spoiler. Gestern hat er mal gefragt, ob ich ein Neuschäfchen was herausbringen möchte. Ob ich das für ihn teste. Und das wird auf jeden Fall auf Herz und Nieren geprüft. Denn ich werde ja jetzt das Bild wechseln. Der Kuschelnestiger kommt jetzt erstmal wieder in... Also das ist der normale Rhythmus. Ich habe jetzt die letzten anderthalb Wochen, fast zwei Wochen, den Kuschelnestiger gemacht. Und jetzt wechsle ich wieder das Bild. Und ich werde wieder zu Trudy wechseln. Das hatte mir ja Trudy Style & Painting Art Shop auch einmal zur Verfügung gestellt. Da durfte ich mir ein Bild aussuchen. Und das werdet ihr bei mir schon öfters mal gesehen haben. Das ist hier die Coralie. Da haben wir jetzt... Das Bild ist 70x70. Und da haben wir jetzt so ein Drittel ungefähr. Das Bild, das werde ich jetzt nächste Woche... Ja, weil in der nächsten Vlog-Woche werde ich dieses Bild auch wieder weiterhin painten. Und dann habe ich keine Garagen, sondern habe ich dann wieder die Döschen. So, und dann kann ich nämlich auch das Schiffchen hier testen. Und dann kann ich Daniels... Sag mal schnell, dann kann ich Daniels Schiffchen auch gleich mit testen. Und dann wollen wir mal gucken, was denn... Oh, und was da auch noch drin war... Das war diese... Oh, ich liebe ja sowas, ne? Diese süße, süße, kleine Eule. So eine 3D-gedruckte Eule. Und dieser Otter. Na, muss ich kam gerade an. Ist der nicht süß? Ein kleiner Otter. Ich liebe ja Otter. Das wisst ihr ja. Und ja, er kennt mich ja mittlerweile echt ganz gut. Da habe ich mich richtig, richtig, richtig drüber gefreut. Ja. So. Was kam noch die Woche? Ich habe hier noch eine gestehen, Freunde. Und zwar, ihr seht es ja hier schon an der Kappe. Ich habe wieder bei Better Be Bold was bestellen. Und zwar ist das das Glatzen-Shampoo. Schaut doch mal sehr, sehr gerne vorbei, ne? Also das ist unbezahlte Werbung. Das habe ich selber gekauft, weil ich das brauchte. Und weil die haben so ein cooles Gesichtscreme. Die vertrage ich echt ganz gut. Das mische ich immer mit so einem Serum. Da muss ich auch noch mal zur Rossmann oder zur DM, ne? Na, gehen wir mal zur Rossmann. Ähm, ich brauche nämlich neue Serum. Ist auch egal. Auf jeden Fall mische ich das damit immer. Und das kommt morgens. Also das, ich habe die Creme gerade in die Stirn und im Badezimmer. Aber die brauchte ich eigentlich. Und es gab jetzt, wenn man es für 20 Euro einkauft, so ein Glatzen-Shampoo, so ein Döschen. Kostet 20 Euro. Das ist nicht günstig. Ich komme damit aber super, super zurecht. Und dann habe ich nämlich das Glatzen-Shampoo geholt. Das verbrauche ich dann schon mal eins im Monat oder alle zwei. Und dann habe ich mir noch die Glatzen-Creme dazu nochmal geholt. Und, ähm, die kostet mir auch 20 Euro. Das war so ein Set, kostet 35 Euro oder sowas. Dann war ich über 20, dann konnte ich mir die Creme auch noch mit dabei tun. Die Gesichtscreme, ne? Das ist jetzt, wenn man sich die, ähm, die, die, die Haare geschnitten hat, ne? Also, ich habe hier auch nicht mehr so viel davon. Müsste ich übrigens auch mal wieder machen. Und, ähm, die mattiert die Creme, äh, spendet Feuchtigkeit, pflegt super. Und, ja, ich bin, ups, ups, ähm, ich bin ja super Verfechter. Ähm, super Fan auch mittlerweile von der Marke. Und deswegen brauchte ich was. Und dann, ja, habe ich gedacht, also die, äh, Gesichtscreme. Und dann habe ich gedacht, ist klar, das kann ich sowieso immer gebrauchen. Also kam es auch nochmal mit. So, dann, ähm, hatte ich natürlich auch noch zwei, zwei, ähm, Donnerstage, wo ich ja dann immer eben, äh, zwei Stunden Geschäftspause habe. Ähm, und da pinte ich auch immer ein bisschen was. Und da habe ich natürlich auch was gemacht. Ich war ja nicht, ähm, faul. Und da nehme ich ja meistens entweder so Kleinigkeiten, was ich euch dann schon mal vorgestellt habe, ne? Also ich hatte den, ähm, ähm, habe ich euch das überhaupt gezeigt? Weiß ich gar nicht. Doch, ich glaube, das, ne, das ist schon ein bisschen länger. Ich glaube, das war noch vor meiner Krankheit, als ich das gemacht habe. Und zwar die Bilder von Action, ne? Ähm, ich habe den, ne, den Baum habe ich nicht gemacht. Was habe ich denn gemacht? Weiß nicht. Steht unten. Ähm, hier habe ich euch ja vier Bilder von Action vorgestellt, die auf Keilrahmen waren. Ähm, da war ein Kolibri, da war ein Baum, etc. Kannst ihr mal anschauen. Ähm, gibt es, glaube ich, auch aktuell gar nicht mehr. Ich war nämlich heute im Action und habe nochmal was für ein neues Video, äh, geholt. Guck mal, ob das nächste Woche rauskommt. Ähm, ja, und, ähm, da bitte ich halt immer die Sachen, die ich dann da geholt habe. Den habe ich zum Beispiel, diesen wunderschönen Anker, danke übrigens immer noch hier und noch Steinmet Painting, dass du mir den, äh, zugesendet hast, mir den, äh, besorgt hast, den Anker von Teddy. Und schaut mal, wie wunderschön der glitzert. Ich habe euch den, glaube ich, ich glaube, den habe ich euch schon mal gezeigt. Ich bin mir da manchmal gar nicht sicher. Er ist auf jeden Fall wunderschön. Ähm, und, äh, doch, den habe ich euch schon mal gezeigt. Habe ich doch gesagt, mich würde mal interessieren, wie der von, weil ich den nicht mal von, äh, Tini haben, weil die hatte den ja auch mal. Ähm, allerdings nicht auf Holz, sondern auf einer Acrylplatte. Und, äh, und, äh, da wollte ich ja wissen, äh, wie der von der Qualität her ist und so. Ähm, hm, na, ist auch egal. Der Anker, toll, habe ich mal gemacht. So, und was ich jetzt am Donnerstag gemacht habe, mit diesem wunderschönen, wunderschönen Stickerheft. Ähm, designt übrigens oder gekauft bei Lulana Cuties. Ähm, Stickerheft. Und ihr werdet bestimmt auch wissen, was da drin ist. Und zwar habe ich da Stickerchen gemacht. Ich habe diesen Donnerstag gar nicht so viel gemacht, weil es, äh, war auch hinterher noch ein bisschen was los. Deswegen kam ich gar nicht zu so viel. Und ich habe ein bisschen geschlafen. Schießes Wetter, da wird man aber auch müde, ne? Ähm, da habe ich einmal diesen süßen Schmetterling gemacht. Dann habe ich diese Schnecke gemacht, die Blume. Und hier unten diesen kleinen süßen Marienkäfer. Die sind noch nicht gependet. Die habe ich einfach schon mal reingeklebt. Und da bin ich mir, ehrlich gesagt, gar nicht sicher, wo ich die her hatte. Ähm, wenn ihr es wisst, ne? Ihr wisst das ja vielleicht manchmal sogar besser als ich. Schaut, äh, schreibt es mir mal unten in den Kommentaren rein. Habe ich das bei dem Amazon Hall gehabt? Oder hatte ich das bei, äh, Pansomway? Ich weiß gar nicht, ob ich bei Pansomway Sticker mal bestellt habe. Ich meine, die sind von Amazon, oder? Schreibt es mal unten in den Kommentaren. Ähm, ja, ne, suchte auch nicht. Äh, wo das ist. Ähm, ihr wisst es bestimmt wesentlich besser als ich. Genau. Das habe ich gemacht. Und die Katze habe ich euch gezeigt. Und, ähm, weiß ich gar nicht. Äh, ich glaube, habe ich euch die gezeigt. Die, ähm, Spitzen hier von Marvin bestimmt. Ja, also das ist ja ein, ähm, modularer, 3D-gedruckter Stift, ne? Den kann man, jetzt nehme ich diesen ganzen Stift hier auseinander. Ähm, ähm, ne? Den anderen, der ist, auch, äh, der konnte ich auch nicht auseinandern. Ist der mir hier komplett auseinandergefallen. Egal. Ne, den kann man hier auseinanderschrauben. Man kann sich hier diese Ringe draufsetzen von den Farben, die man gerne haben möchte. Man kann sich den zusammensetzen, wie man möchte. Man kann hinten, äh, also das ist ja meine, meine Spitze vorne. Man kann hinten, da ist jetzt übrigens eine andere Farbe drauf, weil ich mal wissen wollte, wie das aussieht. Äh, da habe ich einen Schiebe drauf. Da kann man sich aber auch andere, ähm, Aufsätze drauf machen, ne? Da steht immer eine Zahl drauf, hier eine 2. Da passt am besten seine Spitzen. Die sind richtig gut. Die kosten nur 5,49 Euro. 5,50, glaube ich, kosten die bei ihm. Und, äh, die sind wie die da mit Art Club Spitzen. Das tut mir einfach leid. Aber, ähm, und die sind so schnell da. Ihr müsst nicht, wer weiß, wie lange warten. Und die gibt's in zwei Farben. Einmal in weiß, einmal in schwarz. Also, ich hab sie in zwei Farben. Die gibt's aber auch noch in pink, ne? Ich hab sie jetzt in weiß und in schwarz. Perfekt. Da kann man super mitpainten. Da könnt ihr Wachs reinmachen, da könnt ihr Glowdots reinmachen, da könnt ihr Putterfix reinmachen, da könnt ihr alles reinmachen. Kriegt es wieder raus. Und, äh, ja. Und den Stift, der ist von Biene. Der ist von Bee Creation. Jetzt habe ich alle meine guten Freunde gesagt, ne? Alles vorgestellt. Steinklensuchti. Da hast du deine, äh, Schiffchen, die ich euch gezeigt habe. Das ist Biene's Stift. Auch richtig cool, ne? Der, ähm, ich wechsle immer, ne? Der ist ein bisschen dünner. Und das ist, wie nur Plastics, äh, das ist Marvin's Stift. Ähm, der ist ein bisschen dicker, ne? Mag nicht jeder. Ist auch vollkommen okay. Ich hab beide Varianten, ne? Man kann sich ja mal so nebeneinander halten. Da seht ihr, der ist ein bisschen dicker. Der ist ein bisschen dünner. Ja, und, ähm, ja. Aber das muss immer jeder für sich selber entscheiden, was er gerne möchte. Und, äh, ja. Und natürlich liegt alles hier auf der, auf dem, auf der Alterung. Eigentlich ist das für, auch für eine Pizette gedacht. Ich hab dir jetzt einfach beide Stifte immer drauf. Auch den kriegt ihr bei Becreation24. Und jetzt haben wir genug Werbung für die drei gemacht. Ja, ähm, ich guck noch mal einmal. Das hatte ich, ach ja, genau. Das hatte ich mir auch noch mal aufgeschrieben. Und zwar, ähm, hab ich ja eine Umfrage gemacht bei Instagram. Und das wird vielleicht den einen oder anderen wundern, warum ich noch kein Schnubireller, ein Schnubibild von Tini Schneck, gesagt, gependet habe oder ausgepackt habe. Ähm, ich möchte, wollte ja eigentlich den Otter haben. Und ich glaub das einhorn. Leute, ähm, ich habe gepaintete Bilder von denen gesehen. Und ich muss euch wirklich sagen, das ist mir ein zu großer Pixelbrei. Also es ist natürlich super für Anfänger, ne, gerade 25x50 Bild ist schön klein. Es ist schön handig, einfach mal vielleicht mal umzugucken. Ist das was für mich, ähm, wenn ich vorher immer nur so kleinere Bilder gemacht habe oder ich möchte einfach mal Tini Schneckstark ausprobieren, dann sind diese Bilder, diese kleinen Bilder perfekt. Aber das ist so ein Pixelbrei, no way. Nee, also das konnte ich mit meinem Konto leider nicht, ähm, ich konnte es nicht vereinbaren mit meinem Bankkonto. Ähm, dafür ist es dann schon recht teuer, muss ich sagen. Und nee, das, äh, nee, gefiel mir nicht. Und was mir nicht gefällt, das kaufe ich nicht. Und, äh, das sind ja auch keine zwei, drei Euro Produkte, da wäre es mir egal gewesen. Ähm, aber nein. Ähm, deswegen werdet ihr keine Schnubberellas bei mir, ähm, sehen. Ähm, schaut bei Tini Schneckstark vorbei. Ähm, sie pendelt ja gerade eins. Sie hat auch jetzt, glaub ich, schon das dritte, also mindestens zwei, wenn nicht sogar drei, Anfänger, ähm, Diamond Painting-Anfänger-Videos gedreht. Und, ja, das, äh, da seht ihr auf jeden Fall ein Bild von ihr. Schaut euch das mal gerne an. Und, ähm, ja, deswegen werdet ihr aber bei mir leider keinen sehen. Ähm, ich, äh, es geht um den, den Kalender, den, den Adventskalender von Tini Schneckstark. Ich hab mir da jetzt echt schon Gedanken drüber gemacht. Ähm. Ähm, möchtet ihr diesen Kalender ausgepackt sehen? Weil, ähm, ich bin so ein bisschen ins Grübeln gekommen. Und zwar hat Tini, ähm, gesagt, ja, ähm, ich möchte euch die schon mal schicken, weil die Sachen sind alle da. Ähm, ich habe jetzt nicht gesagt, dass ihr mir den schickt. Ähm, sollt ihr es in einem Monat machen? Wir haben ja schon fast Oktober. Das heißt, ähm, in vier, fünf Wochen kommt der Ehe. Also, ich brauche den jetzt noch nicht. Ähm, möchtet ihr den ausgepackt sehen? Also, soll ich den zusammen mit euch auspacken? Wie so ein Malwanne. Ich weiß nicht, ob ihr Malwanne kennt. Ähm, die macht ja, es ist ja auch hier unsere Adventskalender-Auspack-Tante. Ich hatte schon Bock drauf, mal ein so ein Video, ähm, wo wir den Kalender auspacken, zu drehen. Ähm, möchtet ihr das sehen? Möchtet ihr den ausgepackt sehen? Ähm, ähm, Vatini hat schon gesagt, dass sie, ähm, sich freut, wenn man nicht gespoilert wird. Deswegen bin ich da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich weiß nicht, soll ich ihn auspacken für euch? Soll ich ihn nicht auspacken? Ähm, aber ich denke, ich werde ihn trotzdem auspacken. Ähm, aber dann vielleicht mit so einem Spoiler vorne dran, ne? Wenn du das nicht sehen willst, bitte schalte jetzt ab. Ich werde da vielleicht auch nicht, weil ich weiß, was für Werbung für machen. Einfach nur, dass ihr den Kalender seht. Dass ihr seht, alles klar, der hat den. Ähm, dann könnt ihr auch das Video dann aussetzen. Wenn ihr die anderen Videos dann alle schaut, dann ist es auch vollkommen okay. Und, ähm, ja, genau. Aber schreibt es mal unten in den Kommentaren. Oder ihr könnt mir auch, ähm, privat eine DM bei Instagram oder eine E-Mail schreiben. Da freue ich mich auch immer drüber. Ähm, meine E-Mail-Adresse ist damit, äh, diamantoheit.outlook.de. Die seht ihr auch nochmal in meinen, ähm, ich glaube, in meinen Infobeschreibungen schreibe ich ihn auch immer rein. Spätestens in der Kanal-Info, da seht ihr den. Und, ähm, ja, würde mich mal interessieren, ob ihr das gerne, ob ihr da Interesse überhaupt dran habt, das, äh, zu sehen. Ähm, ich werde ihn auf jeden Fall auspacken, ja. Ähm, aber jetzt noch nicht. Das ist mir ein bisschen zu früh. Und möchtet ihr ihn dann direkt im November sehen? Oder, ähm, ja, aber ganz ehrlich, wenn ich da jeden Tag ein TikTok oder ein Reel zu drehe, was in diesen, ähm, Dingern, in den, in den Kästchen drin sind, ähm, das ist vielleicht für die ersten fünf ganz nett gewesen. Aber danach interessiert das halt niemanden mehr. Deswegen möchte ich eigentlich schon diese Plattform hier bei YouTube benutzen, um zu sagen, alles klar, ich packe den jetzt aus, ähm, dann seht ihr, was drin ist. Und wenn ihr das nicht sehen wollt, dann lasst ihr das Video einfach aus. Das ist auch vollkommen okay. Und, ähm, ich glaube, damit sind wir auch, äh, ganz safe, denke ich mal. Genau, das wollte ich nur dabei sagen, ähm, aber schreibt mich mal gerne an. Würde mich mal interessieren. Gut, dann, äh, bin ich fertig. Ja, ähm, das war meine Wochen, Wochen. Also, ich rede ja von zwei Wochen, was in zwei Wochen rausgekommen ist. Ähm, ich habe mir nochmal ein paar neue Schuhe gekauft, so diese Freiluft, ähm, Schuhe in Schwarz. Ne, da habe ich euch ja auch schon mal erzählt, dass ich die in Grün bestellt habe. Und die kam noch mal in Schwarz, ähm, an. Aber, ja, genau, wollen wir mal gucken, was die nächste Woche, äh, so bringt. Also, es, ähm, irgendwann, wie gesagt, kommt was von, von, äh, Daniel an. Und, ja, dann lassen wir uns mal überraschen, was die nächste Woche kommt. Wie gesagt, es kommt ein, äh, Action-Hall. Ähm, da habe ich unten schon was liegen. Wann der rauskommt, weiß ich noch nicht. Ähm, es sind aber so das 100er Herbstartikel mit dabei. Weil, deswegen wäre es schon sinnig, das jetzt irgendwann rauszubringen. Aber es kommt ja auch noch der Monatsrückblick. Der wird ein bisschen kleiner ausfallen. War ja nicht so viel. Aber, ja, war ja auch schon so ein kleiner Rückblick hier. Ähm, aber den kriegt ihr nochmal gesonderter aus dem Schlafzimmer. Kennt ihr ja von mir. Okay, dann, ja, lasst mich, äh, wissen, ähm, wie hat es euch gefallen? Lasst mir gerne ein Like und ein kostenloses Abo da. Ja, da würde ich mich immer sehr, sehr gerne, oder da freue ich mich immer sehr drüber. Und, ähm, ja, verliert nicht die Lust an dem Hobby. Wie gesagt, ich habe jetzt mal eine Woche ausgesetzt. Habe einfach mal ein paar Segen geschaut. Muss auch mal sein. Man muss auch nicht immer pendeln. Nicht immer an seinem Hobby dran sitzen. Wichtig ist nur, dass es dir gefällt. Und, ähm, ja, dass du da Spaß dran hast. Und wenn du mal ein, zwei Wochen aussetzt, ist auch nicht schlimm. Na, wichtig ist, dass es dir Spaß macht. Und, äh, auf jeden Fall bleibt dran. Okay, dann wünsche ich euch, äh, einen bezaubernden Sonntag. Ich wünsche euch eine bezaubernde Woche. Und wie gesagt, hier ist mein Versprechen. Auf jeden Fall kommt nächste Woche wieder meine gewohnten, äh, Vlogs. Aber ich sag mal, ich sehe ja 47 Minuten. Hm, sehr viel kürzer ist er auch nicht geworden. Ich hätte gedacht, ähm, der wird ein bisschen kürzer. Aber, hm, wiederhol nicht. Ist so ein kleiner Podcast heute auch. Okay, dann, äh, wie gesagt, wünsche ich euch eine bezaubernde Woche. Bleibt gesund, bleibt, äh, so wie ihr seid. Und vor allem, nicht verpassen, Like und Abo dalassen. Macht es gut. Ciao. Diamantohite, ihre Schönheit wie ein Schein. Diamantohite, ihr Scheinheit wie ein Schein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017